Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video analysieren wir drei Aktien von der 10x Watchlist. Kommt zu McDonalds. Aktuelle Marktkapitalisierung 186 Milliarden US-Dollar, ein aktuelles Kursumsatzverhältnis von 7,2, ein derzeitiges Kursgewinnverhältnis von 22, bei einem erwarteten Kursgewinnverhältnis von 19,5, einer erwarteten Dividendenrendite von ca. 2,5% und einer Shortquote von ca. 1%. McDonalds schauen wir uns zuerst mal im Mehrjahreschart zurück bis 2020 am Corona-Tief bei einem Kurs von etwa 124 US-Dollar. Die Aktie ist dann angestiegen bis ans Allzeithoch, das haben wir jetzt zuletzt gesehen im Januar bei etwa 302 US-Dollar um 144%. Man muss aber dazu sagen, hier ist ein ganz klares Doppeltop im Chart, natürlich ja auch gekennzeichnet mit diesem herrlichen McDonalds-M. Ja, potenziell auch eine jetzt aktive Harmonic. Ob die untere Zielzone hier noch aktiv ist, darüber unterhalten wir uns gleich im nächsten Clip. Mir geht es jetzt auch hier nochmal in erster Linie um die Fibonacci-Levels und zwar aus Sicht von dieser Rallye. Das können wir uns einfach hier in diesem Bild am besten anschauen. Und das 23er Fibonacci, darüber wäre die Aktie hier potenziell safe, muss man sagen. Das ist der Bereich von 260 US-Dollar. Es gab ja die Kapitulation drunter. Aktuell handeln wir McDonalds bei etwa 259 US-Dollar. Die Preissection hier im Detail schauen wir uns gleich im nächsten Clip an. Also habt das mal auf dem Schirm über den aktuellen Verlaufshochs, vor allen Dingen über 265 und dann über 267. Wäre das hier potenziell sogar sehr, sehr interessant. Nämlich die letzte kleine Bärenfalle unter dem Trendkanal hat eine massive Rallye getriggert. Jetzt war es nochmal eine etwas heftigere Bärenfalle. Also diese Preissection für McDonalds, das wäre bullish. Dann auch mit Target 2,90. Potenziell sogar denkbar, dass die Aktie hier neue Allzeithochs macht. Keine Frage. Aber zum jetzigen Zeitpunkt müssen wir McDonalds noch mit großer Vorsicht genießen. Jetzt gerade im Umfeld von der Rallye, die wir zuletzt gesehen haben. Und das und vor allen Dingen auch die Fibonacci-Level seit dem Tief, was wir im Oktober 2023 gesehen haben. Die Rallye und jetzt den Rücksetzer. Vor allen Dingen diese Zone schauen wir uns jetzt im nächsten Clip an. Und da schauen wir uns jetzt die Preissection an seit dem Tief im Oktober 2023. Das waren hier die Levels von ca. 245 US-Dollar. Und aus Sicht der Rallye, die wir danach gesehen haben, die sich eben hier ganz knapp einen Allzeithoch gefischt hat, sind wir hier im Rahmen dieser vor allen Dingen letzten Kapitulation. Knapp unterst. 88er Fibonacci gedippt hier auch ganz knapp unter die 250 US-Dollar. Hier war die Aktie dann wieder tief überverkauft, auch im Tagesschart und im 8-Stunden-Chart. Von hier sehen wir jetzt eine aggressive Rallye bei McDonalds, die vom Tief hier in etwa ein Plus generiert hat von ca. 6%. Jetzt aktuell aber, und das ist durchaus jetzt wichtig, dass wir das ganz genau analysieren und auch beobachten. Vor allen Dingen, wir sind jetzt in diesem Trendkanal, der zuvor Support war, ganz klar abgeprallt. Auch an der 20-Tage-Linie hier oben ganz klar abgeprallt. Das ist der Bereich von 264, eben die angesprochenen Levels. Hier müsste McDonalds jetzt in einem weiteren Impuls ausbrechen. Und dann sieht es gut aus. Dann kann sie potenziell sogar hier an einer gewissen inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation arbeiten. Und das würde uns dann mittelfristig sogar deutlich höhere Ziele anzeigen. Aber für den jetzigen Moment müssen wir das Ganze hier eben als Widerstand auf dem Schirm haben. Wir sehen es ja auch hier eindeutig, was zuvor Support war, wird jetzt hier zum Widerstand. Wir zeichnen uns jetzt mal diese Rallye auch an, vor allen Dingen für einen potenziellen Rücksatz. Das ist ganz klarer Impuls, den wir hier gesehen haben. Auch mit hohem Volumen. Jetzt sehen wir etwas tieferes Volumen bei dieser kleinen Konsolidierung. 38er bis 61er Fibonacci jetzt aus dieser kurzfristigen Strecke. Das ist hier der Bereich zwischen 258 und 254. Wenn das hier unmittelbar jetzt bullish bleibt, Impuls, Korrektiv, Impuls, dann sehen wir keine Kurse mehr unter 255 US-Dollar. Im Extremfall kann sie sich hier auch ein kleines Dragon-Setup bauen. Ankerpunkt hier oben, erste Rallye, glaubt er nicht, kommt nochmal, zurückbaut sich hier einen Doppelboden. Wäre auch noch ein denkbares Szenario. Diese beiden Bilder müssen wir auf dem Schirm haben. Wichtig, wenn sie sich hier neue Tiefs abholen sollte. Man muss aber dazu sagen, das ist hier prinzipiell auch für einen Doppelboden ein herrliches Setup. Erstes Tief spitz, zweites Tief dann potenziell etwas runder. Adam und Eve Doppelboden. Dann hätten wir eben, wie gesagt, ein Target von hier oben, etwa 275. Dann werden wir wieder im Trendkanal können. Das hier backtesten nach dem Ziel und hätten dann auch letzten Endes die Chance, nicht nur für eine potenzielle inverse Schulterkopf-Schulterformation, die wir gerade angesprochen haben, sondern eben auch dafür, dass die Aktie diese wichtigen Levels hier zurückerobert und dann auch wieder richtig bullish wird. Wichtig ist aber auch, dass wenn wir hier vor allen Dingen neue Tiefs machen sollten aus dieser Bewegung und das ist hier dieser Bereich, den McDonalds eh schon etwas angetestet hat. Also wir wollen zum jetzigen Zeitpunkt, auch wenn das hier ein Doppelboden wird, keine Kurse jetzt mehr sehen unter 250 US-Dollar. Das ist sehr, sehr wichtig, denn dann kann sich vor allen Dingen bei neuen Tiefs unter dem Level, die wir im Oktober gesehen haben, eben die untere Zielzone doch noch ausspielen und dann sehen wir die Aktie noch im weiteren Verlauf. Das muss man sagen, werden aber dann durchaus hochspannende Kaufzeitpunkte zwischen 230 und 210 US-Dollar beim McDonalds. Schlachtplan, hab's auf dem Zettel jetzt frisch, eher nicht reinspringen. Beobachtet die Zone zwischen 258 und 251 und 254 für einen potenziellen bullischen Dip-Kauf. Wenn sie das hier rausnehmen sollte, dann wird es hier der potenzielle Doppelboden wichtig. Wenn das bricht, dann gehen wir in die Zielzone zur Downside. Und das zeigt uns an, dass wir die Aktie jetzt durchaus nach diesem Impuls sehr weit oben auf unsere Watchlist schieben und gerne auch in den kommenden Tagen und Wochen beobachten, ob hier das 61er Fibonacci tiefstens gegebenenfalls ja schon das 50er bei 256 hält oder ob sich McDonalds dann hier den Doppelboden baut. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gern dein Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Kommt zu Novavax. Aktuelle Marktkapitalisierung 2,8 Milliarden US-Dollar. Ein aktuelles Kursumsatzverhältnis von 2,8. Derzeit unprofitabel bei einem Jahresverlust von 400 Millionen US-Dollar und einer aktuellen Shortquote von 34%. Vor der Novavax-Chart-Analyse möchte ich zuerst mal auf eine Analyse eingehen, die wir im Discord hatten Anfang Mai und zwar am 2. Mai. Damals ist Novavax ganz frisch aus dem Doppelboden ausgebrochen. Das war eine wunderbare Harmonic, ein Deep-Crap-Pattern und dann die erste Rallye. Glaubt er nicht. Kommt nochmal komplett zurück, bricht aus dem perfekten Doppelboden aus und hier war der Hinweis, keine Kurse unter 4 Dollar bis 4,20 Dollar und vor allen Dingen über der 200-Tage-Linie wird die ganze Sache dann sehr interessant. Und das schauen wir uns natürlich gleich bei der Chart-Analyse an und hier jetzt der Hinweis kommt sehr, sehr gerne auf den Discord. Werdet 10x-Member. Natürlich, wir haben nicht alle Aktien am Support auf dem Schirm. Das wäre schlicht und ergreifend unmöglich, aber die Community ist mittlerweile auf über 900 Mitglieder angewachsen. Also wir haben sehr, sehr viele Augen auf dem Markt und natürlich auch meine täglichen Analysen. Wir haben überdurchschnittlich viele Aktien mit interessanten Setups auf dem Schirm und das ist eben dann auch der Punkt. Dann muss man sich halt hier jetzt nicht fragen, die Aktie jetzt kaufen. Welche Antwort ich auf diese Frage habe, schauen wir uns auch gleich im nächsten Clip an, sondern kann hier wirklich immer und immer wieder auch am Support agieren. Natürlich muss man auch dazu sagen, dass sich so ein Setup ausspielt und vor allen Dingen, dass es sich dann in dieser Härte ausspielt, wie jetzt bei Novavax. Da gehört dann natürlich auch immer das gewisse Quäntchen Glück dazu. Man könnte auch sagen, das Glück des Tüchtigen. Denn wenn man immer wieder das Gleiche macht und wenn man eben immer wieder am Support, wie wir auf dem Kanal sagen, kaufe Support, in solche Setups einsteigt, dann spielen sie sich eben auch unterm Strich überproportional häufig ab, aus als wenn man eben immer am Widerstand dann erst oder wenn die Aktien stark gelaufen sind, auf diese Titel aufmerksam wird. 4,99 Euro im Monat. Probiert das mal wenigstens für einen Monat aus. Da macht ihr nichts verkehrt. Mittlerweile, wie gesagt, die Community angewachsen auf über 900 Mitglieder. Und jetzt schauen wir uns das Ganze in der Chart-Analyse an. Die Aktie hat seit diesem Call Anfang Mai über 500% Rendite rausgeholt. Ist hier unglaublich hart gesqueezed. Man muss auch sagen, ist eine der am stärksten geschorteten Aktien ja aktuell immer noch mit einer Shortquote von über 30% jetzt im Anstieg. Welche Zone bei einer Korrektur jetzt für mich interessant ist nochmal für einen Nachkaufzeitpunkt, das schauen wir uns gleich im nächsten Clip an. Aber vor allen Dingen eben auch die Details, über die wir gerade gesprochen haben. Hier ist die 200-Tage-Linie. Das war diese 8-Stunden-Kerze, die die rausgenommen hat. Es gab schon mal einen Squeeze zuvor im Februar. Der ist gescheitert an der 200-Tage-Linie. Es gab schon mal einen Squeeze im September 23. Der ist gescheitert an der 200-Tage-Linie. Und wir reden immer wieder drüber. Diese Stonks, diese krassen Nebenwerte, die brauchen einfach hier den Rückenwind einer 200-Tage-Linie, die sie trägt. Dann kann das Ganze eben zu einem Short-Squeeze werden. Hier seitdem eben diese unglaubliche Entwicklung. Und was natürlich jetzt auch interessant ist, und das ist gerade für das mittelfristige Bild bei Novavax spannend, diese 200-Tage-Linie, die natürlich hier aus diesem unglaublichen Crash kommt. Die Aktie war im Allzeithoch bei über 300 US-Dollar. Die war abwärts laufend. Und jetzt beginnt die 200-Tage-Linie zu steigen. Das ist immer ein positives Zeichen. Golden Cross ist da. 50-Tage-Linie crossed durch die 200-Tage-Linie. Also hier gerade mittelfristig durchaus interessante Signale bei Novavax. Und wenn wir uns das Ganze jetzt nochmal anschauen, das ist wirklich absolut brutal. Dafür gibt es keine anderen Worte. Aus Sicht dieser Struktur, aus Sicht der C-Welle aufs D runter, haben wir hier oben. Und das muss man sich auch wirklich vor Augen führen. Kann das selber kaum glauben. Aber wir haben auf den Cent genau, auf den Cent genau, das 361er-Extension abgeholt. Hier hat kein Widerstand wirklich halten können. Wir haben hier eine gewisse Reaktion gesehen am 127er. Es gab hier einen gewissen Breakout mit Backtest aus dem 161er durchs 200er. Da sind wir kurz mal mit Widerstand danach durchgeballert. Und hier oben jetzt deutlich höher bei den 27,30. Hier gab es jetzt gestern die Punktlandung auf dieses Level. Beziehungsweise heute mit der fortbörslichen Kerze haben wir uns diesen Bereich abgeholt bei 27,30. Und das ist hier genau das 361er-Extension gewesen von dieser ersten Struktur. Und das ist eigentlich wirklich ein Level absolute Euphorie. Das kennt man eigentlich nur aus dem Kryptomarkt oder eben von solchen extrem stark geshorteten Stonks, muss ich sagen. Und jetzt haben wir uns hier diese Rallye mal abgemessen. Und zwar ist das der Bereich vom Tief von diesem Doppelboden. Das ist immer so schwierig, das wirklich von der Skalierung her hinzubekommen. Das ist dieser Doppelboden. Und natürlich vom zweiten Tief vom Tief ans Hoch, was wir jetzt gesehen haben. Und durchs 23er-Fibonacci ist die Aktie jetzt durchgebrochen. Das ist hier nur ein Wig. Wir sind hier rauf. Die Algos, alles klar. Euphorie ist erreicht. Wir gehen wieder runter. Pump and Dump zum jetzigen Zeitpunkt hat die Aktie auch von diesem Hoch verloren um 27%. Also hier bitte nicht reinspringen in die Zielzone, die wir auf dem Zettel haben. Kann die Aktie vom Verlaufshoch zwischen 33 und 56% abkochen. Wenn, wichtig, wenn das hier ein bulischer Rücksetzer wird. Also wenn die Aktie jetzt hier im Rahmen von dieser Rallye runterkommen sollte und sich dann hier im Rahmen von dieser Zone Support abholt, dann sehen wir die Aktie zwischen 18 Dollar und 12 Dollar. Das ist hier auch nochmal brutal genug. Das ist vom Beginn der Zielzone innerhalb der Zielzone auch nochmal ein Dip um 35%. Also habt hier ganz klar im Blick, dass die Aktie unfassbar volatil sein wird in den kommenden Wochen und Monaten. Mittelfristig durchaus noch mit mehr Aufwärtspotenzial. Überhaupt keine Frage. Und ich möchte auch die Position, die ich im Rahmen der Rallye sukzessive abgebaut habe, hier auch durchaus gerne wieder aufbauen. Aber sich jetzt auch ganz klar und bewusst sein, dass das hier unfassbar volatil sein kann. Das erste Level, das wir wirklich als hochspannenden Support auf dem Schirm haben. Das ist hier der Bereich von 18,30 Dollar. Und was man, ich würde es jetzt mal nicht als Primärszenario sehen, muss man ganz klar dazu sagen. Aber was man kategorisch nicht ausschließen darf, wäre wirklich folgendes, dass du hier komplett zurückkommst und dass er auch dieser Rallye nicht glaubt und sich hier einen Doppelboden baut. Dass man hier unten am 88er Fibonacci gegebenenfalls Support sucht, sich hier sogar die 200-Tage-Linie als Backtest abholt. Dann wären sogar im absoluten Extremfall 6,50 Dollar drin als Support für Novavax. Und das zeigt mir einfach Folgendes. Jetzt hier hochvorsichtig sein, wenn man hier in Tranchen sich irgendwas aufbauen möchte, weil man sagt, wir können uns das ja kurz mal anschauen aus Sicht der ganz großen Chart-Situation. Wenn man sich das anschaut aus Sicht der Hochs, die wir im Rahmen der Pandemie gesehen haben bei Novavax, dann ist hier unten noch relativ wenig passiert. Keine Frage. Und wer hier wirklich mittel- bis langfristig sagt, komm eine kleine Position bei Nova, die lege ich mir ins Depot, der müsste hier wirklich in kleinen Tranchen vorgehen und vor allen Dingen sich auch im Bewusstsein, dass diese Tranchen aus, wenn du jetzt hier sagst, na die erste Tranche vielleicht, na dann bist du hier bei dem Support, über den wir gerade gesprochen haben, schon mal 10% im Minus. Im Mitte der Zielzone bei der 20-Tage-Linie bist du 25% unter Wasser und hier unten bist du dann bei 40% unter Wasser. Und hier müssen die Tranchen, wenn man sich hier was aufbauen möchte, aber tendenziell eher ein bisschen größer werden. Also fangt hier ganz, ganz klein an, dass man hier unten, wann es dann wirklich interessant ist, eben keine kalte Füße bekommt. Und im Idealfall, wie gesagt, habt solche Aktien, eignet euch eine Strategie an und ein Setup, wie ihr eben im Idealfall im Rahmen von solchen Doppelböden, im Rahmen von solchen harten Crashs, wo eben niemand, was mit diesen Titeln zu tun haben möchte, auf diese Aktien aufmerksam werdet. Für mehr Aktienanalysen und Trade-Ideen kommst sehr gerne auf den Discord und werde 10x-Member. Dort kannst du dich mit über 350 Mitgliedern austauschen und profitierst ab 4,99 Euro im Monat von meinen täglichen Markt- und Aktienanalysen. Kommt zu NIO. Aktuelle Marktkapitalisierung 9,3 Milliarden US-Dollar. Ein aktuelles Kursumsatzverhältnis von 1,2. Derzeit unprofitabel bei einem Jahresverlust von 3 Milliarden US-Dollar und einer aktuellen Shortquote von knapp 9%. NIO schauen wir uns zuerst mal im unglaublich volatilen gesamten Chartverlauf an. Die Aktie kommt hier aus dem Jahr 2018, hat es Allzeittief bei 1,17 Dollar, Allzeithoch bei 66,90 Dollar und hat insgesamt jetzt verloren an diese beiden Tiefs, über die wir jetzt gleich sprechen werden. Einmal um 94 und ist zum jetzigen Zeitpunkt aber auch knapp 93% unter den Allzeithochs. Wichtig ist die aktuelle Chart-Situation bei NIO. Es ist sehr gefährlich. Wir sind unter der 200-Tage-Linie. Wir haben sie vor allen Dingen jetzt im Rahmen der aktuellen Preis-Action nicht mal mehr berührt, diese 200-Tage-Linie. Deswegen ist sie jetzt sehr, sehr wichtig, dass bei NIO ein entsprechendes Level hält. Das schauen wir uns natürlich gleich im aktuellen Chartbild an. News gab es heute auch bei NIO und zwar die Earnings. Die haben auf beiden Seiten den Markt zur Downside überrascht. Weniger Gewinn, also auch mehr Verlust dementsprechend. NIO unprofitabel. Wir sehen hier ein Minus von knapp 10%, also mehr auf der Verlustseite und wir sehen auch weniger Umsatz als antizipiert um circa 5%. Hier sehen wir auch die beiden News dazu. NIO mit erhöhtem Q1-Verlust auf großen niedriger Umsätze. Aber für das zweite Quartal ist NIO durchaus zuversichtlich. Man rechnet hier im Jahresvergleich mit einer Verdoppelung der Absätze. Und deswegen lasst das Ganze hier jetzt mal wirklich uns auf dem Schirm haben als potenziell wichtig. Potenzieller Boden bei NIO. Auch vor allen Dingen wichtig, wie der chinesische Aktienmarkt laufen wird. Wenn hier noch deutlich mehr Korrektur auf uns zukommen sollte, dann muss man davon ausgehen, dass möglicherweise nicht mal diese aktuellen Tiefs reichen. Und dann haben wir hier diese ganz tiefe Zielzone im Rahmen des Corona-Tiefs. Das wären etwa 1,90 Dollar. Im Extremfall sogar die Allzeit-Tiefs. Da müsste man NIO sogar im Rahmen von etwa einem US-Dollar auf dem Schirm haben. Also Hubs auf dem Zettel. Das ist eine hoch unprofitable Aktie. Die Aktien haben es aktuell schwer. EW ohnehin problematisch derzeit. Und das Ganze jetzt auch noch garniert mit enttäuschenden Earnings. Alles, was die Aktie jetzt hier retten kann, ist einmal die Chart-Technik und auf der anderen Seite eben auch die Frage, wie viel Negatives ist jetzt hier unten im Rahmen von diesem potenziellen Doppelboden eingepreist. Und wie sehr kann der Markt sich dann möglicherweise wirklich auf die Zukunft fokussieren, um hier einen Boden einzuziehen und möglicherweise NIO dann zumindest mal über die 200-Tage-Linie zu heben, um dann mit potenziell positiven nächsten Quartalsergebnissen die Aktie in einen gewissen Turnaround reinzubringen. Bleibt hochspannend, definitiv, aber natürlich auch, und das kann man schon mal vorweg sagen, extrem gefährliche und volatile Aktie. Deswegen gerade hier in dieser Bodenbildung, wo die Aktie noch keinen etablierten Aufwärtstrend ausgebaut hat, maximal eine kleine Position meiner Meinung nach beimischen. Und im aktuellen Bild schauen wir uns jetzt ganz genau an, wo NIO natürlich drüber springen muss, um wirklich bullish zu werden und was sich NIO hier zur Downside potenziell noch abholen darf, um wirklich bullish zu werden, um vor allen Dingen auch in den Short-Squiz reinzugehen. Und den braucht diese Aktie so dringend, dass wir uns hier wirklich mal deutlich absetzen können von diesen Tiefs. Auch mal gegebenenfalls wieder in Richtung der 10 US-Dollar laufen können, brauchen wir ganz klar selbstredend Kurse über der 200-Tage-Linie. Die läuft aktuell zwischen 6,92 Dollar und etwa 7 US-Dollar hier. Das ist das unterste der beiden wichtigen Level. Das obere sind die 8 US-Dollar. Deswegen ist hier auch mal eine Zone drin. Das ist der Bereich, den die Marktteilnehmer wirklich zurückerobern müssen, bestätigen müssen als Support. Und dann kann hier eine gewisse Trendwende stattfinden, wie wir sie ja zuletzt auch schon bei durchaus extremen Stonks gesehen haben. Nova Vax beispielsweise, aber natürlich auch Zim, die ja eine massive Trendwende hingelegt haben nach diesen extremen Abverkäufen. Also es ist nicht ausgeschlossen. Das möchte ich ganz klar dazu sagen. Aber dafür ist wichtig, dass eben gerade in einer Bodenbildungsphase gewisse Pattern dann auch funktionieren und halten. Und hier haben wir gleich zwei zur Auswahl bei NIO. Wir sehen meiner Meinung nach hier durchaus einen impulsiven Anstieg nach diesem Tief, was wir gesehen haben im April. Und jetzt allerdings eine sehr ausgedehnte, muss man auch sagen. Konsolidierungsphase. Das ist mir fast schon zu extrem für diesen relativ kurzen, knackigen Anstieg. Diese Konsolidierung, die wir aktuell sehen. Es kann potenziell noch eine Bullenflagge sein. Wichtig, wenn es eine Bullenflagge ist, dann hält hier tiefstens das 61er Fibonacci des Anstiegs. Dann sehen wir die Aktie nicht mehr unter 4,50 Dollar. Deswegen ist hier unten auch ein Preisalarm von mir, der zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gefischt wurde. Aber ich habe auch diese Harmonic hier im Chart und die ist so lange gültig, solange NIO nicht hier dieses Top rausnimmt. Und das ist hier ein multiples Top. Das können wir nämlich nach links beliebig verlängern hier in dem Bereich um die 6 US-Dollar. Das musst du rausnehmen, 200-Tage-Linie Widerstand, 200-Tage-Linie ausbrechen und dann hier diese Bewegung, die brauchen wir auf der bullischen Seite für NIO. Und dann ist eine Trendwende auch durchaus im Chart hier abzulesen. Wenn die 4,50 Dollar und 4,40 Dollar hier vor allen Dingen brechen sollten, das ist das 61er und 65er Fibonacci dieses Anstiegs. Dann greift hier diese Harmonic. Im Prinzip ist sie aktiv, denn dieser Aufwärtstrend, die Neckline ist ganz klar gebrochen. Aber wir sehen, dass der Markt sich hier derzeit noch festhält, auch in der 50-Tage-Linie festhält, auch am 50er Fibonacci festhält. Also jetzt hier zu früh den ganz großen Full-Racer hier runter anzukündigen, ist mir noch etwas zu früh. Wichtig wäre hier, dass dieses Verlaufstief halt eben bricht. Das wäre hier einmal der Bereich um die 4,75 und dann unten die 4,50 Dollar. Und dann hat der Markt eben hier die Chance, nach diesem, muss man sich auch nochmal gerade in groß anschauen, wir haben es glaube ich im ersten Clip gar nicht so gut gesehen, nach diesem technisch absolut perfekten Falling Wedge. Wir haben auch hier im Bereich von der Endphase darüber gesprochen, das war so bezeichnend. Hier absolut am Schluss der Tipp drunter und mit den letzten 8 Stunden Kerzen bricht die Aktie hier aus. Dann hat sie hier im Rahmen von diesem gigantischen Pattern, das sehr, sehr gut für einen Boden herhalten könnte. Ihr wisst es, die erste Rallye, glaubt er nicht, kommt nochmal zurück. Aber um dieses Pattern wirklich zu bestätigen, kommt nochmal zurück. Höheres Tief, extrem wichtig. Ich will unbedingt sehen, dass die mehr Marktteilnehmer in der Aktie drin sind, wenn sie hier nochmal komplett runterkommen sollte als vorher. Und da gibt es nur einen Indikator dafür, ein höheres Tief im Markt. Vor allem interessant, weil wir uns hier ein ganz knapp höheres Hoch abgeholt haben. Dann könnte sie hier an einem extremen, aber durchaus interessanten Trendkanal arbeiten. Und das zeigt uns an, dass wir hier vor allen Dingen zwei Zonen auf dem Schirm haben, die hier auch eingezeichnet sind. Die obere müssen wir verlängern und die untere potenziell eben auch. Das ist der Bereich zwischen den 5 US-Dollar und den 4,50 Dollar. Das ist hier der bullische Poolback. Das ist die Bullenflagge. Wenn sie das reißen sollte, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass NIO hier diese tiefe Zielzone abholt. Und das ist dann eben hier der Bereich von 4,13 Dollar bis ich sage jetzt 3,90 Dollar. Da ist das 88er Fibo. Lass sie hier so ein bisschen einen kleinen Schweinemove zeigen. Aber unter 3,80 wollen wir die Aktie meiner Meinung nach definitiv nicht mehr sehen. Ansonsten sprechen wir Zielzone zur Downside. Und dann haben wir genau die Targets, über die wir gerade gesprochen haben. Das wäre dann einmal hier der Bereich bis unter 3 Dollar in dem Bereich um die 2 Dollar. Oder dann eben der Full Washout aufs 200er Extension. Und dann sehen wir hier aus dieser Bewegung zur Downside die 1,16 Dollar. Und das ist dann eben, wie wir gerade angesprochen haben, im unmittelbaren Umfeld der totalen Allzeithiefs. NIO ist spannend, bleibt spannend. Habt die aktuelle Zone als potenziell bullischen Pullback auf dem Schirm. Wichtig ist aber, dass wenn die Aktie hier die 4,50 reißt, dann können wir aus aktueller Sicht nochmal hier bis zu 25% abkochen. Wenn du die Reichweite von dem Video deutlich erhöhen möchtest, lass sehr gerne dein Like da, abonnier auch den Kanal und schreib vor allen Dingen auch gerne einen Kommentar unter das Video. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du einige Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Börse und Trading. Du findest den Broker, den ich für mein Trading benutze und auch die Chartsoftware, die ich in den Videos benutze und natürlich auch den Link zur Mitgliedschaft bei 10x Trading. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Tschau.